Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video zeige ich euch mal, wie ihr das neue Up and Atom Zeitrennen einfach und schnell abschließen könnt. Ich werde euch jetzt ein Gameplay einblenden, wo ich euch zeige, wo und wie ihr am besten fahren solltet, um das Rennen einfach und schnell abschließen zu können. Ja, in diesem Video zeige ich euch mal. Ja, in diesem Video zeige ich euch mal. Ja, in diesem Video zeige ich euch mal. Sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, war es das mit dem Video. Lasst mir nicht, möchtet gerne mal ein Abo und ein Like da. Aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.